Das ist jetzt die Demonstration wie ich auf eine Fläche, die wir hier haben, auf das Schuhmodell, Lederflecken drauf bekommen kann. Lederflecken liegen zunächst erstmal vor als Sketch 2D. Fangen wir mal mit einem einfachen Sketch an. So, Bezugspunkt ist das Koordinatensystem hier drin und das erste was wir jetzt machen ist, wir schieben den Schuh mal weg, also hier raus und jetzt möchte ich den drauf legen und dazu brauche ich auf diesen Schuh hier eine geodelische Linie, die lege ich damit an mit diesem Symbol. Die liegt jetzt hier drauf und hat Startwerte und diese Startwerte sehe ich hier. Das ist einmal die, da klippe ich mal rein, das ist die Position im UV-Koordinatensystem 5050, die könnte ich also jetzt ändern auf von mir aus 3050, da rutscht die Weite nach vorne und ich habe hier eine Drehung, das Zentrum ist ungefähr hier. Man kann sich das anschauen, wenn man das Grid ausschaltet. Hier ist also das Mittelpunkt für die geodelische Linie, die läuft in die eine und die andere Richtung, das sind momentan die Enden und ich kann den Winkel jetzt ändern. Ich könnte den Winkel also jetzt mal auf von mir aus 45 Grad drehen, dann dreht sich das rum und das wäre jetzt eben schrittweise möglich. So, jetzt möchte ich dieses Stück Leder in dieser Form hier drauflegen, dass der Mittelpunkt, also das was hier ist, genau an diese Stelle kommt. Dazu wähle ich den Sketch aus, hier die geodelische Linie und so Objekt drauflegen. Dann liegt das hier drauf. Ich kann jetzt auch die Bounce mal ausschalten, dann sehen wir das hier oder den V-Bound und U-Bound wieder ein, dann liegt das hier drauf. So, das nächste was ich machen kann, das dauert natürlich alles eine gewisse Zeit, ich kann die Feinheit des Grids hier einstellen. Den Grid, den wir jetzt hier haben, der ist mit einer Genauigkeit von zwei Millimetern eingestellt. Das ist diese Zahl Grid Size hier. Ich blende das mal aus, da sieht man das besser. Wenn ich jetzt diesen Grid Size hier verändere auf zum Beispiel 40, dann wären das 4 Millimeter Raster und dann ist es gröber. Man sieht dann hier auch größere Abweichungen, aber es geht wesentlich schneller. Ich kann das genauso gut jetzt wieder zurücksetzen, könnte von 40 auf 10 gehen und dann dauert die Berechnung hier einige Zeit. So, das ist jetzt fertig. Das heißt, für den Schnellentwurf gehe ich hier auf einen großen Wert, 4 Millimeter, also sprich 40 oder noch mehr, 10 Millimeter wäre der Wert 100 und wenn ich das dann später genauer brauche, dann kann ich hier auf 10 gehen, bedeutet 1 Millimeter oder ich gehe auf 1, das bedeutet 0,1 Millimeter. Von 10 auf 1 zu gehen bedeutet, dass die Rechenzeit sich verhundertfacht. Gut, das wäre jetzt der erste Teil. Hier ist nochmal der Schuh. Wir machen jetzt mal weiter. Ich nehme jetzt einfach von dem Schuh eine Kopie und den nenne ich mal jetzt AAA. Ich kann jetzt den zweiten Schuh von der Stelle mal woanders hin verschieben, arbeite auf dem anderen Schuh weiter. Hier blende ich das mal alles aus. Sketch Simple nehmen wir auch weg. Wir nehmen mal an, das nächste, was wir haben, ist hier so ein Lederstreifen und diesen Lederstreifen, der ist mit 45 Grad abgeschnitten. Der soll jetzt hier so schräg über den Fuß drüber laufen. Dazu erster Schritt wieder auf dem Schuh ein Patch drauf, eine geodätische Linie drauf. Wir stellen für die geodätische Linie, die wir hier haben, den Winkel jetzt mal auf 135 Grad. So, ich blende das Grid jetzt auch mal aus. Dann haben wir nur noch diesen Effekt. Jetzt wähle ich den Sketch 45 aus. Ich wähle hier die geodätische aus und sage, bitte abbilden. So, dann dauert das einen kleinen Moment. Das Objekt ist jetzt hier schon etwas größer. Und schon sind wir fertig. Und damit man sieht, was wir gemacht haben, lege ich mir hier mal ein Gitternetz drüber. Also kaufe ein Map auf die Face. Von dem Map brauchen wir nicht allzu viel. Wir können die 2D-Ableitung abschalten. Wir können das Sender abschalten. Das reicht eigentlich. Und ich schalte jetzt den Volumenkörper vom Schuh aus. Oder vielleicht doch an. Und da sehen wir, hier ist die Mittellinie. Und der Flicken, der liegt jetzt genau in diesem Winkel 45 Grad drauf. Und was kann ich jetzt als nächstes machen? Ich könnte das andere wieder mal ausblenden, dass wir jetzt nur die geodätische Linie und den Flicken hier drauf sehen. Kann ich jetzt den Patch mir hernehmen. Kann sagen, der Patch hat momentan die Form des Näherungspolygons. Das ist also jetzt momentan für die geodätische Linie mit der Genauigkeit von 2 mm. Kann ich vom Polygon übergehen zu eine B-Spline 1 Annäherung. Das ist eine Approximation. Die Approximation ist auf 2 mm genau. Wenn ich da runter gehe auf 1 oder auf 0, dann habe ich wieder hier oben diese Rundungsfehler vom Verfahren. Wenn ich die Toleranz eben hochstelle, wird das genau. Und ich könnte auch, wenn das notwendig ist oder gewünscht ist, hier statt der B-Spline 1 B-Spline 3 nehmen. Also eine kubische. Und da merkt man schon, das ist etwas runter. Und wenn man die Toleranz jetzt erhöht, dann verformt sich das und schmiecht sich dann irgendwie immer weiter da rein an. Das machen wir hier mal aus. So, und das wäre also der Patch, der jetzt sich auf diese geodätische Linie bezieht. Und ich könnte den natürlich dann auch verschieben, indem ich die geodätische Linie verschiebe. Also von hier aus suchen wir mal U-Position. Gehen wir jetzt von 50 auf 30, also auf den Vorderfuß. Dann liegt der hier vorne drauf. Wir sehen auch, wie sich das jetzt hier vorne rumwickelt. Wir können das Grid noch mal einschalten, dann sieht man das deutlicher, wie das hier um die Ecke rum geht. So, und jetzt kann ich mehrere Modelle also auf verschiedene Schuhe drauflegen. Ich könnte auch alles auf 1 drauflegen. Das heißt, ich kann jetzt hier her gehen und kann suchen, ich mache den nächsten Patch hier drauf. Dann liegt der wieder drauf. Nehme mir den nächsten Muster her. Das wäre zum Beispiel jetzt das hier. Ein Quadrat um Koordinatenursprung. Den und geodätische Linie und dann Patch draufkleben. Und ich kann von der geodätischen Linie das hier alles wieder ausschalten. Dann sehe ich mein Patch hier liegen. Hier ist die Linie. Dieser Patch. Wollen wir uns das auch nochmal anschauen. Von Format Polygon auf B-Spline 1. Da passiert zunächst nichts. B-Spline 3. Da haben wir die Abrundung und wenn wir die Toleranz jetzt runter setzen. Alter Wert. Wenn wir die Toleranz hoch setzen, dann entwickelt sich das Ganze zu irgendetwas kreisähnlichen. Was wir auch machen können, ist das mal von B-Spline 3 umschalten auf Face Curve. Dann ist es eine Kurve, die jetzt nicht im Raum angenähert ist, sondern zusätzlich nochmal auf die Fläche drauf projiziert ist. Die sieht natürlich schöner aus. Kostet allerdings auch mehr Rechenzeit und das Datenvolumen für die Kurve ist größer. Oder ich kann im Ganzen sagen, ich möchte eine Fläche haben. Und wenn ich die Fläche mehr ausrechnen lasse, dann dauert das wieder ein bisschen. Nochmal anstoßen. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier die Fläche entweder so oder eben, das ist ja immer eine Frage der Richtung. Wenn ich hier auf Reverse gehe, dann habe ich die Fläche so aufgelegt. Die beiden Methoden, die man braucht, ist einmal diese Methode Erzeuge eine geodetische Linie und die zweite ist Erzeuge einen Patch auf der geodetischen Linie. Die liegen momentan beide noch hier drin. Create geodesic and geodesic map patch to face. Die beiden, das Layout der Ereignisse muss noch ein bisschen verbessert werden. Die sieht man jetzt mit dem Hintergrund nicht. Aber im Wesentlichen ist es das.